Hallo, wer bist du? Hallo, ich bin Micha aus dem Hacklabor Schwerin. Was ist ein Hacklabor? Im Hacklabor treffen sich tatsächlich technikbegeisterte Menschen und arbeiten an Websites, Hardware, Robotern. Apropos Hacken, es gibt Jugendhackt in diesem Jahr zum ersten Mal in der MV. Ja, und zwar vom 1. bis 3. Juni. Das findet auch hier in Schwerin statt. Was denn? Jugendhackt in der MV zum ersten Mal. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und wie geht das? Du meldest dich auf der Webseite jugendhackt.org für das Schweriner Event an und dann bekommst du E-Mails von uns. Und dann kommst du hierher? Genau, du kommst hierher am Freitag, übernachtest hier, lernst ganz viele andere technikbegeisterte Jugendliche kennen und hast ein spannendes Wochenende. Tschüss.